Das ist der coolste Verein in Deutschland, das ist ja völlig klar. Christian Kreußer, 38 Jahre alt, Trainer der BVB U23. Das war ja sehr turbulent jetzt die letzten Tage, weil sich alle kennenlernen und alles Neues, aber wenn wir dann tatsächlich auf dem Trainingsplatz waren, war sehr viel Intensität drin, also das kann ich schon sagen. Die Jungs haben richtig Bock Fußball zu spielen, wir haben auch schon inhaltlich viel arbeiten können, athletisch sowieso und mein erstes Fazit ist positiv. Die Jungs haben Bock auf die neue Saison und wir sind mitten in der Vorbereitung jetzt schon. Das ist der coolste Verein in Deutschland, das ist ja völlig klar und dass viel Power da ist, unheimlich groß, unheimlich viele Mitarbeiter hier auch, die ich jetzt nach und nach kennenlerne, das wird auch noch eine Weile dauern, aber Dortmund steht auch für Jugendausbildung und für richtig Qualität in den Nachwuchsmannschaften. Wir spielen in der dritten Liga, was nicht viele zweite Mannschaften tun. Von daher, das komplette Paket hat einfach den Ausschlag gegeben und ich freue mich jetzt hier zu sein. Wie muss man sich den Trainer Christian Preusser vorstellen, wenn es mal nicht so läuft? Willst du auch mal laut in der Kabine? Ja, es soll dann in erster Linie mal laufen und wir gehen mal vom Positiven aus, dass wir erfolgreich sind. Es ist schon so, dass wir akribisch und detailliert arbeiten. Mir geht es darum, dass wir Intensität auf den Platz bekommen, dass wir die Sachen, die wir im Training besprechen, dass wir die dann auch umsetzen auf dem Platz und dann dürfen die Jungs auch Fehler machen. Das ist überhaupt kein Thema, aber es muss eine Grundintensität drin sein. Das ist mir wichtig, das fordern wir auch in jedem Training ein. Das muss auch deutlich eingefordert werden von allen Beteiligten. Ansonsten, ja, harte Arbeit, Ärmelhochkampen, harte Arbeit, das soll mich auszeichnen und die Jungs dann einfach vorhanden. Du bist ja tatsächlich auch nicht das erste Mal hier, du hast schon mal ein Praktikum hier gemacht. Erzähl mal, was hast du damit auf sich? Das ist schon sehr, sehr lange her. Das war in meinem Fußballlehrer-Lehrgang im Klub vor acht Jahren. Da war Jürgen Klopp hier noch Trainer und da habe ich mein Praktikum hier gemacht. Ich konnte in alle Abteilungen mal reinschauen bei der ersten Mannschaft, bei der U23. Ich habe da auch ein paar Leute kennengelernt, die teilweise sogar noch da sind. Das war ganz witzig, dass man die jetzt wieder sieht. Infrastrukturell ist eine ganze Menge passiert, es hat sich viel verändert. Aber ein paar Eindrücke konnte ich damals schon sammeln. Wir würden natürlich gerne in der Liga bleiben. Das hat auch Priorität als Mannschaftsziel, dass wir uns einfach auf diesem Level dann die nächsten Jahre weitermessen können. In erster Linie soll es aber um die Ausbildung gehen, dass die Jungs besser werden, dass wir Spieler an die erste Mannschaft heranführen, dass wir U19-Spieler erste Schritte im richtigen Profibereich machen lassen. Also unheimlich viele Aufgaben individueller Natur. Und über allem steht dann trotzdem, dass wir erfolgreich sind, dass wir Spiele gewinnen, dass wir offensiv auftreten. Das ist eine spannende Herausforderung. Die kann auch ein bisschen Zeit brauchen, das kann auch sein. Aber das wird wichtig werden, dass wir das zusammen gut hinbekommen. Bis zum nächsten Mal.